Hallo Leute und Willkommen zurück zu Survival Games, heute mit E-Pointer, hallo! Oh, bei mir war ein Eisenschwert drin und ich hab's nicht bekommen. Schande über mein Haupt. Ja, ich hab die letzten Runden in mein Eisenschwert gekriegt, das war... Ja, das war... Ja, ich seh dich. Ja, gut. Hi. Krass, ich bin... Hi. Ich weiß nicht noch genug. Ja, ich seh dich noch. Oh, die Map hab ich schon nie gespielt, okay, ich muss auch sagen. Ja, die kenn ich auch nicht so gut. Leider, aber... Ich hab keinen Survival Games mehr gespielt, das lässt man, glaub ich, mit dir, glaub ich. Okay, ich track dich dann gleich mal. Hier ins Haus reinzugehen ohne Equip ist vielleicht nicht die beste Idee, oder? Also ich könnte dir... Ich leg dir mal an den anderen Ausgang zwei Sächelchen. Okay, da vorne sind... Ne ganze Menge Leute noch. Guck mal auf die Fahnen, guck mal, ob hier was ist, oder? Ich... Bin mir nicht sicher. Ah, ich hab die nächste. Gucken, ob da was drin ist. Ich glaub, da war schon jemand, oder? Jawohl, ich glaub das. Sehr geil. Gut. Ähm, komm mal mit. Wir versuchen dir mal ne Waffe zu besorgen. Da vorne sind... Da vorne ist einer. Der hat ne Waffe. Hat ein Eisenschwert sogar. Der hat ein Eisenschwert und der laggt. Armer Dude. Killsteel! Schade. Niemals. Du kriegst auch nicht das Eisenschwert dafür. Oh, da ist einer. Jo, ich seh's. Oh, Achtung. Nicht, dass er dich irgendwie killt. Gut, nice. Der hat immerhin mal nen Brustpanzer für einen. Oder hat er zufällig zwei? Man weiß es nicht. Nee. Ich hab einen hier. Nice. Oh, ich hab keinen. Stark. So läuft das hier. So läuft das hier in SG. Ja, ja. So ist es immer. U-Point hat die Sachen und ich renne hinterher. Das ist auch ne Kriste. Mal gucken, ob da was dran ist. Ich kann dir nen Gegnerradar geben. Ich hätte ne Brust du dich. Wenn du willst. Du hast da. Joa. Das fänd ich ganz nice. Gleich Ruhe. Obwohl du bessere hast. Ja, danke. Lass mal auf Gegner gehen, oder? Wir haben ja ganz nette Seiken. Jetzt lohnt sich's. Okay. Jetzt schwenk dir aber noch ein bisschen um das Radar. Also, das ist sehr fraglich, was mit dem Hausen hier abgeht. Ja, hab ich. Gut. Obst du gerade vorne bist? Oh Gott, da sind drei. Was wollen wir machen? Warten und dann spekulieren. Okay, einer kommt, glaube ich, oder? Ne, einer bleibt aber ein Stückchen weg von den anderen. Lass versuchen. Lass einfach versuchen. Okay. Eine kriegst du noch? Ja, der kriegt ja noch weg. Kacke. Nein, halbes Herz! Ich versuch's noch zu reißen. Einen hab ich nämlich. Oh, ne. Welcher hat ein halbes? Ja, der ist tot. Der Typ, den hat es tot. Ja, okay. Der eine hat einfach seinen Mate gekillt. Lol. Scheiße. Der ist aber alleine. Und hat nicht gutes Zeug. Guck mal hier. Armer Hut. Aber hat nicht kommen sehen. Ja, den kriegst du. Würde ich sogar, glaube ich, noch kriegen. Oh, er hat aber ein Feuerzeug. Interessant. Auf jeden Fall. Aktuell keiner in der Nähe. Gut. Weil ich hab keine Lust. Ist das Team SG64? Ja, es ist 64. Was ich wollte schon sagen, weil. Da hab ich ein Nice gegen die Dingens geboostet. Ja. Gegen die Leiter, dass er hängen. Mit Angeln kann ich überhaupt nicht umgehen. Also. Ja, es. Ich versuch's manchmal immer, aber irgendwie das klappt nie bei mir. Manchmal immer versuch's. Also ich hab auch lange gebraucht, um mit der Angel so ein bisschen reinzukommen. Mittlerweile, also ich bin ja immer noch nicht gut damit. Aber mittlerweile hab ich so ein paar Tricks damit, die dann durchaus helfen in diversen Situationen. Ich hoffe einfach, dass die zwei Pfeile jetzt reichen. Ja, Glück gehabt. Neu. Genaue Berechnung. In der Nähe seh ich jetzt, glaube ich, gerade keinen. Ich hab gerade, glaube ich, einen gesehen. Wo denn? In die Richtung, in die ich jetzt lauf. Da schreibt jetzt Salajin. Ja, da sind, das sind viele. Das ist ein Dreierteam. Okay, wie die auch, wie die Anfänger reinrennen. Krass, ey. Was ist das denn? Ja, ich hab's vor. Okay, der hier hat gute Rüstung, auf den geh ich zuerst. Okay, er kann locker einen Dreierteam zerstören. Ich kann doch nochmal einen, nicht mal einen zerstören. Ja, aber du hast doch gerade gegen zwei gekämpft, oder nicht? Das stimmt. Und einer hat ein halbes Herz. Habe ich einen Pfeil aufgesammelt? Ne, schade an sich. Hm, wie die Pfeil ist. So, und... Klingt das Telefon. Der andere ist mir gar nicht gefolgt, oder was? Okay. Gutes Teamplay auf jeden Fall von denen. So wünsche ich mir das. Ich glaube, die Pfeil ist kurz weg, oder? Ne, ich war nicht weg. Ich habe nur das Telefon angeklingelt und ich wollte nicht, dass du es im Hintergrund so laut hörst. Oh, danke. Mein Ding. Du warst ja noch so am Kämpfen, am Philosophieren, da wollte ich... War am Clashen, war am Fighten. Du bist ja bei Tube Clash dabei, ne? Natürlich. Man kennt mich da unter dem Namen Patrick. Genau. Ich wollte jetzt irgendeinen guten Joke bringen, aber mir ist nichts eingefallen. Das war ein bisschen bitter. Also laut Clan-Tags habe ich hier kein Team mehr gegen mich, aber ich bezweifle irgendwie, dass das stimmt. Clan-Tags, was ist das denn? Okay, das ist schon ein Zwar-Team. Nice. Man kann hier tatsächlich... Die kämpfen gegeneinander. Abstauben. Oder auch nicht, Alter, wie viel hat der mir denn gezogen, bitte? 1, dann hast du ein Deathmatch. Nein, ich treffe nicht mit dem letzten Pfeil. Das war jetzt sehr schade. Das wäre das Non-Legs-Ultra gewesen. Hätte ich den noch getroffen. Stark. Aber toll. Wie kind hast du jetzt eigentlich? 6? 7? 9. Aber so ungefähr. Alles klar. Alles klar. Wie viel Dias hast du denn jetzt? Hast du nicht zwei? Ich habe nur einen tatsächlich. Ach, das ist meiner. Halte den DIA wirklich ehrenhaft. Salah-Tschin wünscht mir viel Glück fürs Deathmatch. Danke. Ich gucke mal, ob... Ja, der hat schon im... Hier noch... Ja, hier liegen noch Pfeile. Und da hängt auch noch einer. Nice. Der hat schon im Chat geschrieben. Also... Ja, ist der schon gestorben? Oder keine Ahnung was. Oh, ich hatte ein Bett dabei. Interessant. Wo kommt das her? Hm, Bett mit meinem Logo. Supi. Achso. Stimmt, in deinem Text-Office schon. Steht da... Official B-Pointe YouTube drauf. Nö, da steht nur B-Pointe. Ah, okay. Danke, dass du eine Twitter-Werbung machst. Super. Und noch drei Leute. So machen wir es. Patsy wurde von Smilo-Plays. Okay. Smilo-Plays hat also wenig Leben. Interessant. Oder vielleicht hat er wenig Leben. Man weiß es nicht so genau. So. Oh nein. Die Map. Ich glaube es nicht. Das ist sehr ungünstig. Weil auf der Map hier... Auf der Map hier habe ich ungefähr 10 FPS durchgängig. Der eine hat ein Diaschwert. Ja. Ähm, der wird mich auch ziemlich sicher killen, weil es bei mir hier, wie gesagt, extrem laggt. Ja! Ja! Mit einem Herz! Ich wäre sowas von verbrannt. Ich wäre 100% verbrannt, wenn ich... GG, Alter! Krass! Er schreibt auch LOL. Alter, was war das denn für eine Runde? Elf Kills? Zwölf Kills? Zehn. Ja, alles klar, schreibt der Typ. Ist verständlich, wenn ich da in der Lava baden gehe und dann noch übelst wegkirke. Ja, okay, das ist schon... Wenn du in der Lava bist und dann... Das war krass. Also, mal schauen. Vielleicht hänge ich noch eine Runde hinten dran, wenn nicht, sage ich schon mal Tschüss. Und danke, dass du dabei warst. Kein Ding. Tschö. Erste Vorstellung, die Kiste jetzt zu kriegen. Kiste! Mit 59 Spielern geht's weiter auf Tatooine. Das könnte ganz interessant werden. Wir standen leider genau gegenüber. Also, V-Pointer an der Stelle, wo man überhaupt nicht rauskommt aus dem Spawn-Bereich. Deswegen hoffe ich mal, du überlebst es. Scheiße. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo du bist. Ich... Also, bist du den kleinen oder den großen Ausgang raus? Ich glaube, ich bin den großen rausgegeben. Oh, ja. Das ist natürlich ungünstig, weil ich bin den kleinen raus. Oh, ich habe eine Eisenachse. Das ist zumindest... Kann ich wenigstens... Ich gehe nochmal zurück zum Spawn. Ne, versuche einfach irgendwie zu überleben. Wir finden uns dann irgendwann schon. Ich sehe hier zum Beispiel schon ein paar... Dumpstart, V-Pointer. So, der hat keine Waffe anscheinend. Nice, aber gute Rüstung. So, mal sehen. Ich versuche, ein paar Kisten zu grabben, damit ich wenigstens noch gut gegriffen bin. Zumindest habe ich eine Waffe. Okay, gut. Oh, das... Bist du noch... Ah, der hat einen Brustpanzer. Den würde ich mir jetzt schon aussenken. Lass mich ein, nimm mich ein, nimm mich ein. Und? Abstauben! 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 Jawoll! Bitte stirb einfach nicht, weil ich habe gerade echt gutes Zeug. Und wenn du auch noch ein bisschen was hast, jetzt. Offenbar. Ja, ich habe ein bisschen gutes Zeug. Dann kann es echt gut werden. Scheiße, da ist jemand. Nein! Schnell weg hier. Ein Kill an. Oh nein! Hier ist ein... Oh, Team, Team, Team. Ungünstig. Okay, das ist mein Todesurteil. Oder... Alter, wie krass, der mich noch gehittet hat. Nice. Ich bin schon bei drei. Ich habe zwei Eisen. Jawoll, ich kann mein Eisenschwert craften. Scheiße, ich muss das mal ranken. Ich bin in der Mitte. Ich kämpfe gerade. Oh Gott! Woo! Alter, was war das denn für ein Luck? Dass sie nicht gegeneinander fighten. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Puh! Nein! Da kommt noch einer! Ich glaube es nicht. Oh Gott! Der kriegt, der kriegt, der kriegt. Der kriegt, der kriegt. Der kriegt, der kriegt. Und wenn der vordere, ist ja wahrscheinlich low, bedeutet der hintere ist der bessere und der hat nur ein Goldschwert. Das kann auf jeden Fall ganz gut werden. Ich hoffe mal, dass hinter mir keiner kommt. Nee. Oh, also im besten Falle zündet der vordere den hinteren an. Okay. Also hysterisch auf Team. Ich weiß nicht, wie krank der auf Team zeichnet. Aber der verfolgt dich. Aber der verfolgt dich. Immer noch. Oh. Komm schon mit deinem Eisenschwert. Musst doch was reißen können. Ich bin nicht so gut. Ah, da hat er dir die Combo gedrückt. Oh. Ein Herz. Kacke. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.